Das ist Herr Krause. Herr Krause sucht das Glück. Aus diesem Grund hat sich Herr Krause Laufschuhe gekauft. Und eine Laufhose. Die hätte er besser mal zuerst angezogen. Denn Herr Krause läuft jetzt Marathon. Warum? Weil er gelesen hat, dass man vom Laufen Glücksgefühle kriegt. Denn durch die Anstrengung werden körpereigene Opiate freigesetzt, die dann im Kopf was Wunderbares auslösen sollen. Aber bis zur Opiat-Ausschüttung kann so einiges passieren. Zerrungen, Seitenstiche und falsche Abzweigungen. Aber Ausdauer zahlt sich aus. Herr Krause hat es tatsächlich geschafft. Bei Kilometer 38 strömt das Glücksgefühl in seinen Kopf. Herr Krause könnte die ganze Welt umarmen. Doch leider kommt ihm ein Lieferwagen dazwischen. Tja, wieder nicht das Glück gefunden, Herr Krause. Nächste Folge von Herr Krause sucht das Glück. Herr Krause lernt schwimmen. Herr Krause lernt дом. Herr Krause lernt ... Vielen Dank.